Seien Sie herzlich willkommen. Ich heiße Werner Reinhardt, bin Präsident der Europa-Universität in Flensburg und freue mich, dass so viele auch außerhalb der Universität, aber ich habe auch einige aus der Universität gesehen, die heute bei uns sind, dass so viele gekommen sind für ein Ereignis, das uns besonders wichtig ist. Als Europa-Universität stehen wir natürlich für Internationalität, für Begegnung, für Austausch und für Friedfertigkeit und für eine Gesellschaft, die aktiv Demokratie und den Schutz von Minderheiten verteidigt. Ich begrüße Herrn Iwa Butterfass-Frankenthal, der zu uns gekommen ist und mir sogar die Anzahl gesagt hat, wie viele Veranstaltungen dieser Art er hier schon gemacht hat. Es waren fast 1.600 Veranstaltungen, wo er sein Wissen weitergibt. Und ich finde es schön, charmant und eigentlich auch ein Zeichen von Hoffnung, dass Sie Ihre Frau immer mitbringen. Wenn die Welt draußen verrückt spielt, dann braucht man vielleicht ein bisschen den Halt im Kleinen und in der Familie und diesen Zusammenhalt. Eigentlich hätten Sie ja, ich begrüße natürlich unsere Gäste von vielen Schulen und ich danke Ihnen auch für Ihre Geduld, denn eigentlich hätten Sie Ende März hier sein sollen und Sie waren auch darauf eingestellt schon, dass Sie Ende März hierher kommen sollen. Aber manchmal passieren halt Dinge in der Welt und wenn Neues kommt, dann fällt es mir persönlich immer sehr schwer, das Neue sofort zu verarbeiten. Als wir uns umbenannt haben in Europa-Universität, EOF, hat das am Anfang noch fremdgeklungen. Ich bin einer von denen, die im Januar immer das falsche Kalenderjahr hinschreiben, weil ich mich noch nicht daran gewöhnt habe. Es geht mir auch der Name King Charles III. noch nicht so leicht über die Lippen. Aber der hat eben gerade Hamburg besucht, Ende März, und hat vor dem Hafen das berühmte Mahnmal, die Nikolai-Kirche, besucht und dort einen Kranz niedergelegt. Und in diesem Zusammenhang wollte der britische König am Freitag, dem 31. März, als wir geplant hatten, auch unseren heutigen Ehrengast treffen, Herrn Butterfass. Und der hat nämlich ganz erheblich als Gründungsmitglied und langjähriger Vorsitzender des Vordervereins Rettet die Nikolai-Kirche zum Wiederaufbau der Kirche beigetragen, die 1943 während des Zweiten Weltkrieges zerstört worden war. Und als Verfolgter und Überlebender hat er gekämpft für dieses Bauwerk, das sich heute an alle in Europa und nicht nur in Deutschland, in Europa richtet. Eine frühere Kirche, die heute eine Bildungsstätte und ein Mahnmal für den Frieden ist. Auch dafür danke. Sie haben große Namen gewinnen können für diese Unterstützung, die, glaube ich, auch die jüngeren Leute noch kennen. Helmut Schmidt, Michael Gorbatschow und Richard von Weizsäcker haben aktiv unterstützt und so entstand. Ein Ort der Begegnung, an dem es nicht allein um deutsch-jüdische Erinnerungsarbeit geht, sondern um allgemein menschliche Zeichen des Friedens und des Zusammenhaltes. Für dieses Lebenswerk gebührt Ihnen Dank und Anerkennung. Und diesen Dank und Anerkennung wollte auch ein frisch gekrönter Monarch Ihnen übermitteln. Gerne haben wir diesen Termin verschoben aufgrund der Einmaligkeit des Anlasses. Und es gibt natürlich Dinge, die sind noch bedeutender als Bauwerke. Ich komme aus der Literaturwissenschaft. Noch bedeutender sind aus meiner Sicht Worte. Geschriebene Worte, die hinterlassen, auch für künftige Generationen, was wir erfahren haben, aber eben auch Begegnung und das gesprochene Wort. Und diese Begegnung und das gesprochene Wort steht heute auf unserem Programm. Herr Butterfass-Frankendal wird gleich zu Ihnen sprechen und uns alle teilhaben lassen an dem, was er in der Vergangenheit schmerzlich hat lernen müssen. Er musste erfahren, wie sein Vater 1934 ins KZ Esterwegen, dann ins Lager Sachsenhausen eingewiesen wurde. Er musste erfahren, wie das Kind Butterfass-Frankendal als sogenannter Halbjude 1938 kurz nach der Einschulung gleich der Schule wieder verwiesen wurde. Und dieses Kind musste nicht nur den Judenstern tragen, sondern wurde auch staatenlos. Man hat ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Und trotzdem, ich danke, dass Nico Wichter da ist. Er hat eine Abschlussarbeit geschrieben, hat bei uns Deutsch- und Sachunterricht studiert und ist jetzt einer der wenigen Männer im Referendariat Grundschule. Und er hat diesen Kontakt hergestellt, weil er sie als Zeitzeugen gehört hat. Und ich bin dankbar, dass auch wir jetzt davon profitieren können. Er selbst, auch da bin ich dankbar, drehte Videos, entwickelte digitales Lernmaterial, gemeinsam mit unserem heutigen Ehrengast. Und das wird heute, glaube ich, so höre ich, an Schulen erprobt schon und eingesetzt. Ja, für dieses Engagement haben Sie schon Ehrungen erhalten. Herr Butterfass-Frankendal ist unter anderem, ich kann nicht alle aufzählen, mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet worden, mit der Europäischen Menschenrechtsmedaille und mit dem Weltfriedenspreis. Herr Butterfass-Frankendal, ich habe gar nicht Worte genug, um Ihnen meine Dankbarkeit auszudrücken, dass Sie bereit sind, Ihre Erfahrungen mit den nachgeborenen Generationen zu teilen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, das weiß ich wohl. Und dass Sie nicht mit Ressentiments reagieren, sondern dafür kämpfen, dass sich Dinge nicht wiederholen, das hat meinen Respekt, meine Anerkennung und meine Zuneigung. Dieser Austausch, das Erinnern, ist natürlich besonders wichtig in schlechten Zeiten. Und für mich haben wir heute schlechte Zeiten, schwere Zeiten. Wir haben Krieg in Europa und Abweichendes wird da nicht besonders wertgeschätzt. Differenzierung ist da nicht angesagt. Weder in dem angegriffenen Land noch in dem angreifenden Land. Und das infiziert alles drumherum auch. Der Hass auf andere nimmt zu. Schmähreden im Netz nehmen zu. Politisch motivierte Gewaltdelikte nehmen zu. Nicht ohne Anlass wird heute diskutiert, ob man nicht antisemitische Vorfälle an Schulen erfassen soll, damit man mal einen Überblick bekommt. Und letztlich Umfrageergebnisse von Parteien, die auf Ausgrenzung setzen, die Ressentiments schüren, die schießen in die Höhe. Es ist aber meine tiefste Überzeugung, dass sich die Qualität einer Demokratie nicht danach bemisst, dass der Wille der vielen bruchlos umgesetzt wird, sondern sie wird daran gemessen, wie menschlich eine Gesellschaft mit ihren Minderheiten umgeht. Und jeder und jede hier kann blitzschnell zu einem oder einer anderen werden, wenn es denjenigen, die die Definitionsgewalt haben, so gefällt. Es ist uns daher heute eine besondere Ehre und Freude, Herrn Butterfass-Frankenthal hier an der Europa-Universität Flensburg zuhören zu können. Wir freuen uns darauf, was Sie uns zu übermitteln haben. Und wenn ich sage, nicht nur das gesprochene Wort ist wichtig, sondern auch die Begegnung würde ich mir wünschen. Ich glaube, es ist auch so geplant, dass dann auch Raum bleibt für Rückfragen und für einen Dialog. Und den wird, glaube ich, Katrin Fischer dann anschließend auch versuchen zu moderieren. Toll, dass Sie da sind. Und jetzt sind wir alle gespannt. Applaus Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Reinhardt, sehr geehrter Herr Stadtpräsident, solche netten, wahnsinnig netten Worte hier in Flensburg heute Morgen zu genießen, das macht mir sehr schwer aufzuhören. Das muss ich Ihnen offen gestanden sagen. Da kann man gar nicht anlassen. Das ist eigentlich, ich sage mal, der Treibstoff, der mich immer wieder dazu führt, Veranstaltungen durchzuführen, mit so jungen Menschen zusammenzukommen, die das ganze Leben vor sich haben. Die Jugendlichen von heute, die Erwachsenen von morgen, die eine Menge Verantwortung tragen, diese Republik zu erhalten, die wir mühevoll aufgebaut haben, die Urgroßväter dieser Republik 1949, als die Alliierten gesagt haben, gut, ein bisschen habt ihr ja gesühnt, jetzt dürft ihr eure eigene Regierung gründen. Und dann haben die Leute mit Adenauer und mit Ollenhauer und mit Kurt Schumacher mit großen Politikern aus SPD und CDU zusammengesessen und haben einige Monate gebraucht, bis sie den Artikel 1 geformt haben. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Wort, das wir alle in uns aufnehmen sollten. Denn wir sind verantwortlich durch den Zweiten Weltkrieg, durch das tausendjährige Reich, durch Adolf Hitler und seine verbrecherische Koalition für das Leben von fast 80 Millionen Menschen, darunter allein 29 Millionen Sowjetbürger, 9 Millionen russische Zivilisten, die meisten davon in Leningrad, im jetzigen St. Petersburg, dass die Nazis aushungern wollten. Aber ich glaube, ich sollte ein bisschen was vorab über meine Familie erzählen. Deswegen bin ich ja eigentlich hier. Also was für mich ganz, ganz Wichtiges, ganz, ganz Wichtiges, wenn ihr als Erwachsene von morgen und das erste Mal an die Wahlordne geht, dann tut mir eingefallen, in eurem eigenen Interesse, damit ihr morgen noch voller Stolz überall hinreisen könnt in die ganze Welt, denn überall werdet ihr mit Respekt begrüßt, dann macht bitte in eurem eigenen Interesse das Kreuz an der richtigen Stelle und gibt Leuten keine Chance, die es waren, in der Öffentlichkeit zu sagen, gestandene Politiker, für die halten Sie sich wenigstens. Ich bin großer Fußballanhänger von Bayern München. Leider sind Sie deutscher Meister geworden. Tut mir leid, wenn ich das sage. Ich bin Dortmunder Anhänger. Der sagt dann öffentlich, dieser gestandene Politiker, da gibt es einen wunderbaren Verteidiger mit Namen Buateng, ist ein Schwarzer, aber seien Sie ehrlich, möchten Sie den als Nachbarn haben? Was soll man von so einem Rassisten halten? Der andere ist noch eine Nummer schwerer. Der Krieg ist fertig für die sechs Millionen ermordeten, hingeschlachteten Menschen, die in den Gastkammern vom Leben zum Tode befördert wurden, in Auschwitz, Letzlandstadt, Buchenwald, überall dort, wo es Konzentrations- und auch Nebenlager gab, 40.000 Stück, gab es davon in Deutschland, allein und in Europa. Dieser Mann kriegt es fertig und sagt, diese Stähle da für die Erinnerung an die sechs Millionen ermordeten Juden, das ist ein Schandmal für Deutschland. Unter anderem nennt den Nationalsozialismus, das Dritte Reich, einen Fliegenschiss der Geschichte. Tut mir eingefallen, macht das Kreuz an der richtigen Stelle, in euren eigenen Interessen, wenn euch was an dieser wunderschönen Republik liegt. Denn es ist das schönste Deutschland, was es je gegeben hat. Und ihr habt eine einmalige Chance. 8. Mai 2045. Spart euch schon etwas. 100 Jahre deutscher Frieden? Unglaublich. Kein Mensch hätte je gedacht, dass das in Deutschland einmal möglich sein wird. Innerhalb von 30 Jahren zweimal Streit mit den Franzosen, mit denen wir uns heute freundlicher, Gott sei Dank, friedlich in der großen europäischen Völkergemeinschaft wiedergefunden haben. Und das alles setzen wir nicht auf Spiel, wegen solcher herrenverbrannten Idioten, die heute schon wieder vom Vierten Reich träumen. In meinem Leben bin ich noch nie so viel gedemütigt worden, aber trotzdem habe ich nicht aufgegeben. Ich will euch auch sagen, warum. Alles das bescheidenerweise, was ich bisher erlebt habe und was ich erreichten durfte, wissen Sie, wem ich das verdanke? Jetzt gucken alle weg. Ich glaube, in diesem Moment haben auch die mitgekommen, die traurigerweise, das macht mich immer wieder traurig, denn Deutschland hat die höchste Scheidungswelle in Europa. Jede zweite Ehe in Deutschland steht leider auf dem Prüfstand. Und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Jungs beim Vater leben und wie viele Mädchen heute bei der Mutter. Das macht mich traurig, denn auch wir beiden sind Scheidungskinder. Ich weiß, was das bedeutet. Was habe ich mich auf meinen Vater gefreut, als er 1945, da war ich zwölf Jahre alt, der Krieg war zu Ende, Deutschland war besiegt, Gott sei Dank, wir waren befreit worden, wir haben nicht den Krieg verloren, wir sind befreit worden von einem der übelsten Regime, die die Welt je gekannt hat. Mit Konsorten wie Hitler, Hess, Göring, Goebbels. Leute, die so verbohrt waren, so nationalsozialistisch angehaut. Ich muss jetzt mal einen kleinen Schwenk machen, da komme ich einfach nicht drum rum. Es gibt einen Großunternehmen in München, gibt es heute noch, weltberühmt, weltbekannt. Das war Günter Quandt, der war verheiratet. Mit der Edda Quandt. Die hatten einen gemeinsamen Sohn, der hieß Harald. Sie ließ sich scheiden und heiratete die Ausgeburt des Teufels, Josef Goebbels, Reispropagandaminister, Minister für Film und Funk. Diese Frau war so fanatisch, dass war eine solche Nationalsozialistin, als die russische Soldezka die Straßenkämpfe in Berlin aufgenommen haben, verabschiedete sie sich von ihrem Idol Adolf Hitler, der dann feigen Selbstmord begann. Und sie ging dann zu ihren Kindern, fünf kleine entzückende Mädchen und einen Jungen, gab ihnen eine Tasse Schokolade zu trinken, gab Schlafmittel hinein. Und als sie schliefen, diese kleinen unschuldigen Kinder, die niemandem etwas getan haben, auch die jüdischen und polnischen Kinder und russischen haben nie jemandem etwas getan, wurden ausgelöscht, fielen den sogenannten Sonderkommandos zum Opfer. Sie drückte jedem den kleinen Mädchen, stellt euch das bitte mal vor, eine Mutter, eine Zian-Kalie-Kapsel in den Mund und drückte die Kiefern zusammen. Sie ermordete ihre sechs unmündigen, kleinen, unschuldigen Kinder. So verbohrt waren die Nationalsozialisten. Und wenn heute noch einige sagen, das haben wir alles nicht gewusst, dann kann ich nur sagen, das ist eine absolute deutsche Traditionslüge. Jeder hat in Deutschland gewusst, was nach 1933, was ich 1923 schon angekündigt hatte, darauf komme ich noch zu sprechen, hatte gewusst, was in Deutschland passierte. Als Hitler an die Macht kam, weil die Vorsehung es so wollte, der alte Hindenburg ihn zum Reichskanzler gemacht hat, was ich ihm nie verzeihen kann. Da wurden als erstes alle Menschen mit jüdischen Wurzeln überall aus dem Beamtenverhältnis entlassen und rausgeschmissen. Studienräte, Lehrerinnen und Lehrer, Krankenschwester, Ärzte, Staatsanwälte, Richter, alle wurden rausgeschmissen. Das war der erste Schritt, der Weg zum Holocaust. Der zweite Weg war dann Ende 34, 35, da kamen dann die Nürnberger Rassegesetze. Ich habe einen großen Respekt gehabt vor Konrad Adenauer, unserem ersten Bundeskanzler. Bundeskanzler. Aber eins habe ich ihm nie verziehen, dass er gesagt hat, nach der Gründung der ersten Bundesrepublik Deutschlands, ich muss die meisten Nazis wieder einstellen. Die haben die meiste Arbeit. Und deswegen sind die 68er-Studenten auf die Barrikaden gegangen. Mit Recht. Sie konnten es nicht länger ertragen, dass Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter, dass sie wieder in ihre alten Positionen geschlüpft waren. Ärzte, die Versuchen an lebenden Objekten vorgenommen haben, wieder ihre alten Positionen begleiten konnten. Selbst einer von unseren, die uns auf das Schlimmste gedemütigt haben, 1942, als meine Geschwister und ich die deutsche Staatsbürgerschaft verloren und einen sogenannten Fremdenpass bekamen. Ein Pass eines der unwürdigsten Dokumente, die es überhaupt gibt. Wenn jemand straffällig geworden ist, dann bekommt er Gefängnis. Früher gab es auch bei ganz schweren Kapitalverbrechen gab es Zuchthaus. Und bei ganz schweren Kapitalverbrechen gab es nicht nur Zuchthaus, sondern auch den Ehrverlust der bürgerlichen Ehrenrechte. Darunter fiel auch die Staatsbürgerschaft. Man stelle sich einmal vor und gucke sich diesen Pass genau an, was die Nazis nach 1945 noch alles fertiggebracht haben. und was sich bis heute auch noch erhalten hat. Wir müssen sehr, sehr aufpassen. Jeder unserer Bundespräsidenten sagt in seinen Reden, wehret den Anfängen. Wir müssen aufpassen, dass sich das alles, was wir nicht wollen, wiederholt. Und auf Deutschlands Straßen ist es sehr, sehr unsicher. Hier sehen Sie auf diesem Pass, den mein Verleger, der dieses Buch herausgegeben hat, für meine Frau und mich, diesen Pass naturgetreu nachgedruckt hat mit seinen zwölf Seiten. Alle Vierteljahr muss ich mir bei der geheimen Staatspolizei, schon der Weg dorthin war schlimm, eine neue Gebührenmarke für ein halbes Jahr einkleben lassen. Ich hatte keinerlei Rechte, keinen sozialen Schutz. Ich bekam keine Leerstelle früher. Wenn ich meinen Ausweis vorlegte und das war dieses Schandmal hier, dann wurde ich schon von vornherein abgelehnt. Und hier sehen Sie auch nicht etwa das Hakenkreuz. Hier sehen Sie den Bundesadler. 20 Jahre lang hat dieser Beamte gebraucht, der uns damals die deutsche Staatsbürgerschaft und somit den Boden unter den Füßen entzog. 20 Jahre lang habe ich gebraucht, bis ich die deutsche Staatsbürgerschaft wiederbekommen habe. 1964, bis dahin war ich ein Namenloser, ein Niemand, ein Nichts. Unsere beiden gemeinsamen Kinder sind noch als Staatenlose in diesem Land geboren. Immer wieder hat er mir bei meinem Auftauchen gesagt, Sie sind noch lange nicht dran, da sind noch so viele vor Ihnen. Ihre Akte ist nach wie vor im Umlauf. Sie müssen sich noch gedulden. 20 Jahre habe ich mich geduldet. Erst ab dann wurde ich ein Mensch. Und als ich wieder in Besitz vernünftiger Papiere war, habe ich dann auch mein Leben in eine andere Richtung gebracht. Bis dahin war ich fast nicht ansprechbar. Das alles verdanke ich vor allen Dingen meiner unglaublich starken Frau. Viele Männer sollen endlich mal begreifen, was wären wir ohne unsere Frauen. Die Frauen spielen eine übergroße, dreidimensionale Rolle in unserem Leben. Da sitzt vielleicht die neue Bundeskanzlerin. Wo ist das Problem? Sie kann nicht so charmant lächeln wie Frau Merkel. Sie ist vielleicht sicherlich auch so tüchtig, wie sie war. Ja, und da sitzt vielleicht unser neuer Bundespräsident. Alles steht euch doch offen. Die ganze Zukunft liegt wie auf einem goldenen Tablett vor euch. Ihr braucht nur zugreifen und aufpassen, dass sich nie wieder braune Elemente erheben. Schrecklich ist es, was sich in Hanau abgespielt hat. Neun Menschen wurden erschossen. Schrecklich ist er, dass einer der beliebtesten Politiker, die wir in Deutschland hatten, in seinem eigenen Hause, auf seiner Terrasse, durch Kopfschuss hingerichtet wurde, der nie einem Menschen etwas getan hatte, der nur Gutes getan hat. Walter Lübcke. Wie schrecklich, dass ein irregeleiter, verrückter Neonazi, sein Auto an den Straßenranden parkt, geht zu seinem Kofferraum, holt mit der Kalaschnik-Kopf auf die Synagoge in Halle zu, feuert das ganze Magazin auf das Floss leer, die Tür geht nicht auf, gut entbrannt, wendet er sich von der Synagoge ab und erschießt erst mal drei Passanten auf der Straße. Ein unglaublicher Akt. Das alles wollen wir nicht mehr. Wir wollen auch keinen weiteren nationalsozialistischen Untergrund, NSU, der zehn Jahre durch Deutschlands Straßen und Städte fegt und wahllos Menschen erschützt und hinrichtet. Das alles soll der Geschichte angehören. Nie wieder wollen wir, dass sich solche Regierungen über uns entscheiden, wie die Zukunft aussieht. Ja, ich wurde am 16. Januar 1933 geboren in Hamburg. Ich bin ehrlich, jetzt schon so ein bisschen lokal koloriert, aus einem Hamburger kann nie was anderes werden als ein Hamburger, obwohl Flensburg schön ist. Gibt's gar nichts. Aber ich bin nun eben ein Hamburger und das ist so. Ja, außer mir gab es noch sieben weitere Geschwister. Wir waren vier Jungs und vier Mädchen. Naja, ich wurde vor den ersten Jahren, kriegte ich nichts mit von 1933. Da hatte ich ja erst das elektrische Licht dieser Welt erkannt. Das ging jetzt einige Jahre später los. Mein Vater war der jüdische Teil in der Familie. Er stammte aus Dresden. Wir hatten sehr, sehr, sehr vermögende Großeltern väterlicherseits. Sie besaßen die europaweit bekannte Zigarettenfabrik und Zigarettenfabrik Kyriazzi. Und meine Mutter war der sogenannte nach der Arithmetik der Nazis arische Teil. Sie stammte aus einem ganz, ganz, ganz treuen und sehr konservativen Beamtenhaushalt. Mein Großvater mütterlicherseits war Mitglied der Hamburger Handelskammer. Beide Eltern waren eigentlich gegen diese Heirat. Aber davon ließen sich die beiden einfach nicht abbringen. Beide hatten nämlich ein gemeinsames, großes Hobby. Steht auch in einer meiner Biografien, glaube ich. Sie konnten wahnsinnig, unglaublich stepptanzen. Und das Hobby machten sie zum Beruf und waren europaweit an vielen Barriertés beschäftigt, auch in Hamburg. Naja, und nacheinander kamen wir alle auf die Welt. Ich war der Letzte. Meine älteste Schwester bei Orsel, das ist mein Neffe, der wurde bei einer friedlichen Demonstration im vergangenen Jahr erst durch die ganze deutsche Presse gegangen, bei einer friedlichen Mahnwache für Israel am Hamburger Hauptbahnhof zusammengetreten worden von einem Neonazi. Dabei zerbrach seine Brille. Auf dem linken Auge wurde er sofort blind. Das Rechte wurde schon zweimal operiert, wird er wahrscheinlich auch verlieren. Während der Prozess in Hamburg gegen diesen wütenden Nazi lief, hat er zur gleichen Zeit in Berlin ein Mädchen vergewaltigt. Es gibt jetzt einen zweiten Prozess. Im ersten Prozess, ich kann damit eigentlich nicht so ganz was anfangen, hat er sechs Monate auf Vorbewährung bekommen. Es tut mir schrecklich leid, mit Vorbewährung kann ich im Moment gar nicht so furchtbar viel anfangen. Ist das nun eine Bewährung oder ist es ein Kuraufenthalt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich kriege das nicht so ganz auf die Bretter. Ich bin der Meinung, sondern der muss hart bestraft werden. Der muss für eine lange Zeit aus der Gesellschaft entfernt werden. Der hat noch viel zu lernen. Man kann Menschen nicht solche Gebrechen beibringen. Meine Schwester Orsel war die Älteste und sie ging gleich zu unseren Großeltern mütterlicherseits und da verblieb sie. Dann kam mein Bruder Kurt, das war der Zweitälteste. Der hatte schon Abitur gemacht und das kam ihr später, als ich von der Schule flog, sehr zugute. Denn im Untergrund und auf der Flucht hat er mich bei jeder Gelegenheit beim Kragen gepackt und hat mich unterrichtet. Das war mir manches war ganz schön zu viel, aber ich habe durchgehalten, wie Sie sehen, es ist ein bisschen was aus mir geworden. Na ja, und dann mein Bruder Kurt hat auch die Vaterrolle übernommen, denn mein Vater war einer der Ersten, der gleich verhaftet wurde, weil er auch noch das verkehrte Parteibuch in der Tasche hatte, er war nämlich Kommunist und Jude, das reichte, und er kam nach Estawegen in ein Lager, das vorbereitet wurde für die ganzen polnischen Gefangenen, denn Hitler hatte vor, Krieg zu machen, und das erste erklärte Ziel war Polen, und damit machte er auch den Anfang am 1. September 1939. Na ja, als Drittes kam dann meine Schwester Alice. Meine Schwester Alice ist auch die Einzige, die den Wunsch hatte, nicht im Lande der Täter und Mörder zu bleiben. Sie wollte unbedingt Deutschland verlassen, und deshalb ging sie zur ORT-Organisation für jüdische Auswanderer und musste dort in irgendeinem Beruf einen Schnellkurs machen, von drei Monaten, und da entschied sie sich für den Schicksal wurde. Es gab meinen zukünftigen Schwager, der mit meiner Schwester Alice verheiratet war später. Der war als Kind der Einzige, den seine Eltern auf einem letzten Kindertransport in Sicherheit brachten, und zwar nach England. Von England aus ging er schnell nach Amerika, nach Mittelwest, Indiana, in der Nähe von Chicago. So, dort wurde er sehr schnell GI, als er das Alter hatte, und wollte Nazi-Deutschland bekämpfen, denn seine Eltern und Großeltern, seine Geschwister, Tanten und Onkel wurden alle in Auschwitz ermordet. Er war der einzige Überlebende. Als der Krieg zu Ende war und die großen Nazis in Hamburg verhaftet wurden und vom britischen Militärgericht verurteilt werden sollten, wurde mein Schwager Hermann nach Deutschland zurückgeholt, weil er perfekt Deutsch sprach. Und er fungierte dort als Dolmetscher im Hamburger Corio Haus auf der Roten Baum Chaussee, wo provisorisch ein Militärgericht eingerichtet wurde. Auf diesem Militärgericht – man kann es kaum sagen, ich muss das eben zwischenschieben – wurden auch die Massenmörder aus Auschwitz verhaftet. Darunter gab es einen ganz speziellen. Der stand, wenn die Züge ankamen, die sogenannten Güterwagen, vollgefrachtet waren, vollgefärcht waren mit Todeskandidaten, die manches Mal teilweise wochenlang in den eingefärchten Viehwagen, in dem es keine sanitären Einrichtungen gab, aber in denen es unerträgliche Hitze gab, in denen die meisten Menschen schon tot in Auschwitz ankamen. Dieser Mann stand an der Rampe und sortierte aus, je nach Zustand der Menschen. Wer einigermaßen nach Arbeitsfähigkeit aussah, ging nach links und die anderen Frauen, Männer, Kinder und Alte gleich auf die rechte Seite, Abmarsch in die Gaskammer. Dort gingen etwa 4000 Menschen in eine dieser Hallen hinein, die wurde dann verschlossen und von oben gab es dann das sogenannte Zyklom B hinein. Innerhalb von 20 Minuten waren die Menschen tot. Entscheidend war dann, dass die Sonderkommandos, die gegründet wurden aus Katz-Häftlingen, die mussten die Halle leer machen und räumen. Bevor sie die Leichen dann aber in die Krematorien schoben, Tag und Nacht rauchten die Schornsteine, mussten sie vorher erst den Häftlingen, die welche hatten, die Goldszene herausbrechen. Die Goldszene wurden eingeschmolzen, wanderten über die Dresdner Bank, über die Schweiz, in die Türkei als Devisen. Man muss sich einmal vorstellen, was für Torturen da waren. Da gab es zum Beispiel ein Mädchenorchester, ein Mädchen, das überlebt hat aus Auschwitz, gehörte zu unseren besten Freundinnen. Das war die heftigste Nummer, ich weiß es nicht mehr ganz genau, mit Namen durfte sich ja sowieso keiner ansprechen lassen, sondern er hatte ja nur eine Nummer auf dem Arm tätowiert. Das war Esther Picharamu, eine Frau, die im Mädchenorchester die Todeskandidaten begrüßte, wenn sie ankam und halbtot aus den Viehwagen fielen. Es gab einen Arzt an der Rampe, der war weltbekannt, das war Josef Mengele, der machte Versuche an lebenden Menschen, meistens mit Zwillingen, die wollte er erforschen, die Gene. 14 von diesen Mädchen wurden auf den Transport nach Hamburg gebracht, ins Konzentrationslager Neuengamme, weil am 27. April 1945 Auschwitz befreit wurde und diese Kinder auf keinen Fall den Russen in die Finger fallen sollten. Sie kamen nach Neuengamme und von dort aus wurden sie verlegt, weil auch Neuengamme jetzt geräumt wurde. Und es kamen über 20.000 Häftlinge aus Neuengamme auf den sogenannten Todesmarsch, wo viele verstarben, erschossen wurden, erschlagen wurden, egal wie, je nachdem, wozu die SS Lust hatte. Und diese Mädchen kamen in eine Schule und die nannte sich die Schule am Bullenhuser Damm. Diese Schule ist heute keine Schule mehr. Sie ist ein Mahnmal. Sie nennt sich der Rosengarten. Diese 14 Jungen und Mädchen aus acht Nationen. Die wohnen teilweise bis zu 20 Kilo. Die waren federleicht. Und der SS-Obergruppenführer Speck sagte während des Prozesses den englischen Richtern, die waren so leicht, wie wir die aus den Strohsicken geholt haben, haben wir sie auf dem Flur an den Haken gehängt, wie Bilder. Man stelle sich das vor, 14 unschuldige Kinder, auf diese Art und Weise vom Leben zum Tode befördert. Der Speck wurde auch zum Tode verurteilt, wie viele andere auch, aber viele sind natürlich, wie Sie ja alle wissen, was sehr traurig ist, aber es ist nicht mehr zu ändern. Viele sind natürlich davongekommen und sind in ihre alten Berufe hineingeschlüpft. Einer der schlimmsten, für mich einer der schlimmsten, war der Privatsekretär von Konrad Audenauer, das war Hans Klopke, denn er war verantwortlich, ich weiß nicht, ob Sie meine Herren von dem Namen schon mal gehört haben, Hans Klopke, er war der Mann, der die Nürnberger Rasse gesetzt, kommentiert hat, er war überhaupt verantwortlich. Hans Klopke war einer der größten Schweinehunde in Gemeinsamschaft mit Reinhard Heidrich, der seinerzeit die Wannsee-Konferenz geleitet hatte und beschlossen hatte, durch Sonderkommandos endlich Schluss zu machen mit Massenerschießungen. Ich denke daran, dass zum Beispiel Massenerschießungen vorgenommen wurden in Babaya, in der Ukraine, da wurden innerhalb von drei Tagen, innerhalb von drei Tagen 32.000 Männer und Frauen in den Massengräbern verscharrt, erschossen, ermordet. Darunter hat Hamburg eine traurige Rolle gespielt. Es gab in Hamburg zwei Polizeibataillone, jetzt komme ich auf ein Kapitel, da muss ich ehrlich sagen, da fröstelt es mich nach wie vor. Zwei Hamburger Polizeibataillone haben sich für Sonderurlaub, für Zigaretten und für Alkohol bereit erklärt, an den Massenerschießungen in der Ukraine teilzunehmen. Bitte, meine lieben Hörerinnen und Hörer, die hier sitzen, passen Sie genau auf, was ich Ihnen jetzt erzähle. Was ich Ihnen jetzt erzähle, kann ich haargenau belegen. Jeder von Ihnen hat auch schon davon gehört und weiß es. Wir hatten zu dieser Zeit unter Adolf Hitler die schlimmste Polizei, die die Welt je gesehen hat. Die fing schon mit einer Sondereinheit an. Wer diese Polizeibeamten zu Gesicht bekam, der hätte sich gewünscht, schon tot zu sein. Denn diesen Folterknechten, die kannten jede Methode, Menschen aber regelrecht so zu quälen, dass sie sich gewünscht hätten, sofort tot zu sein. Das war die geheime Staatspolizei, bekannt unter Gestapo. Meistens die Lieblingsbekleidung, Ledermäntel. Und hinter dem Ledermantel, hinter dem Revers hatten sie ihre Erkennungsmarke, die Mitgliedschaft der Gestapo. Dann gab es die SD, den Sicherheitsdienst. Das waren die sogenannten Sonderkommandos. Immer überall da, wo Adolf Hitler sein Werk vollendet hatte mit seinen Blitzkriegen, da tauchten dann die Sonderkommandos auf, vom Sicherheitsdienst und von der SS. Und sie säuberten dann die ganzen Gegenden von Kommunisten, von intelligenten Menschen, vor allen Dingen von Juden. Die wurden massenhaft reihenweise erschossen. Aber Reinhard Heidig war beauftragt worden von Heinrich Himmler, den Chef der Polizei und der SA und der SS. Er sollte eine Konferenz leiten in Wannsee, in Berlin, in einer ehemaligen Villa, eines jüdischen Bankdirektors, die dafür ausgesucht wurde. Und es waren von Wirtschaft, aus der Politik, von den einzelnen verantwortlichen Behördenträgern, wie Polizei und SS und SA, waren die wichtigsten Chargen angetreten. Und sie berieten, wie schaffen wir die Entlösung der Judenfragen. Einen wichtigen Mann haben wir schon an der Seite. Das ist Adolf Eichmann, der Spediteur des Todes, den die Mossad, der jüdische Geheimdienst, ja noch in Argentinien entführen konnte. Und er wurde dann in Israel in Jerusalem vor Gericht gestellt. Adolf Eichmann hat in seinen Schlussworten gesagt, ich schäme mich vor meinem Führer, dass ich versagt habe. Ich habe nur sechs Millionen Juden ermorden können und zwölf Millionen hatten wir vor. Ich war ein Versager. Und dann wurde er hingerichtet. Die Polen hätten sich gewünscht, wenn man ihn ausgeliefert hätte. Aber das wollten die Israelis auf keinen Fall. Das wollten sie selber beenden, dieses Kapitel. Lassen Sie mich weitermachen in der Aufzählung meiner Geschwister. Das würden Sie doch gerne wissen. Dann kam mein Bruder Rolf. Rolf war der Organisator in der Familie. Wir waren eingezogen in ein sogenanntes baufälliges Judenhaus. Zuerst bis 1942. Da mussten wir verschwinden, weil wir auf der Demutationsliste standen. Unser Vater war inzwischen von Esther Wegen verlegt worden, ins Stammlager Sachsenhausen bei Berlin. Keine Nachricht, gar nichts. Mein Bruder Rolf nahm mich immer mit zum Organisieren, und zwar ab 1943. Wir waren vorher von 1942 bis 1943 unterwegs auf der Flucht nach Polen. Können Sie alles nachlesen. Dort landeten wir auf einem Gutshof. Zu Fuß sind wir nach Polen gegangen. Meine Mutter mit acht Kindern, vier links und vier rechts. So war ich vor ihnen sitze drauf und ist kein Wort erfunden. Unsere Mutter war ein Gigant. Was diese Frau geleistet hat, ist überhaupt nicht in Worte zu fassen. Deswegen komme ich noch mal darauf zurück. Man darf unsere Frauen, die muss man einfach auf Händen tragen. Ich halte jede Frau für ein Geschirr des Himmels. Ich kann vielleicht schwärmen, ganz besonders, weil ich seit 75 Jahren verheiratet bin. Das ist ja schon eine Ecke. Und wenn der liebe Gott mir noch eine Chance lässt, die AfD weiter zu ärgern, dann kann ich noch in zwei Jahren mit meiner Frau die Diamanten Hochzeit feiern. Vielleicht schaffe ich das noch. Jetzt muss ich erst mal 40 Veranstaltungen hinter mich bringen. Wenn ich hier heute wegfahre, dann bin in Marburg, dann bin ich in Gießen, dann bin ich in Halle, dann bin ich in Kassel, dann bin ich in Hannover, dann bin ich in Braunschweig. Lassen mich aufhören zu zählen. Ich will nicht wissen, was vor mir liegt. Ich baue eine Veranstaltung nach der anderen ab. Wenn ich sie genug gelangweilt habe, müssen sie nur Bescheid sagen. Ja, mit meinem Bruder Rolf bin ich dann nachts losgegangen, 1943. Hamburg war ein einziger Trümmerhaufen. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen, indem ich Ihnen dieses Kreuz zeige. Eins trage ich mit meiner Frau immer um den Hals. Es ist das Nagelkreuz von Coventry. Adolf Hitler wollte alles kaventrieren, denn auf Coventry gingen die ersten Wunderwaffen nieder, die V1 und die V2, die in Peenemünde und Schwienemünde gebaut wurden. Da war es nach dem sogenannten Mittelbau Dora und da war einer der wichtigsten Männer von Adolf Hitler und das war Obergruppenführer General Hans Kammler. Hans Kammler war für alle sogenannten Wunderwaffen im Dritten Reich zuständig und als Werner von Braun mit seiner Truppe der Raketen Forschung gefangen genommen wurde von den Amerikanern. Die Amerikaner haben Gas gegeben, die wollten Werner von Braun unbedingt lebend gefangen nehmen, haben sie ihn vor die Wahl gestellt, so wie du jetzt hier stehst im Mantel und mit deinem Verband umarmt, kommst du in die nächste Maschine nach Amerika, du musst unser Raketensystem machen, denn die Deutschen waren 20 Jahre weiter als die Amerikaner und wenn der Krieg noch sechs Wochen gedauert hätte oder acht Wochen gedauert hätte, hätte Hans Kamler es geschafft und die Atombombe wäre in Deutschland zustande gekommen, gar nicht auszumalen, was Hitler damit gemacht hätte. Ich mache gar nicht daran denken, was wäre, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte. Überlegen Sie mal, 8,5 Millionen Zwangsarbeiter haben wir zwangsrekuiert aus überall her, aus Frankreich, aus Italien, aus Jugoslawien, aus Dänemark, aus überall her haben wir die Zwangsarbeiter geholt, die nach einem Motto in Deutschland arbeiten mussten, Vernichtung durch Arbeit. Warum brauchten wir denn so viele Zwangsarbeiter? Aus einem ganz einfachen Grund. Unsere Männer waren doch alle die Deutschen in Uniform. Entweder waren sie im D-Day in der Normandie, wo die Amerikaner gelandet waren, oder sie waren in Russland. Wie viele sind in Stalingrad geblieben? Der General, mir fällt der Name im Moment nicht ein, hatte ja damals kapituliert und wurde dann von Adolf Hitler zum Tode verurteilt, das natürlich nicht vollstreckt werden konnte, weil er in russische Gefangenschaft ging. Er ging dann damals in die DDR. Ich komme im Moment nicht auf den Namen, wie der General hieß. Wissen Sie 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 ? Gerechtfertigt, auf jeden Fall. Danke, Herr Präsident. Ja, es gibt schon manchmal in dem Alter, fast 91, gibt schon mal so einen kleinen Ausraster, das müsst ihr dann entschuldigen. So, mit meinem Bruder Rolf bin ich dann losgesichert und wir sind in die zertrümmerten Häuser hineingeklettert, in die Kellerräume. Und dort haben wir dann alles herausgesucht, was wir in unserem Untergrund, denn wir hatten in einem zerstörten Haus den Keller so ein bisschen Wohnlicht gemacht, was man Wohnlicht nennen kann und haben dort überlebt und dann haben wir organisiert, was wir fanden in den ehemaligen zerbombten Nazi-Billen. Da gab es Textilien, die da rumlagen, manches Mal Konserven und alles Mögliche haben wir organisiert. Wir mussten ja irgendwie überleben. Dann kam mein Bruder Ronald, der hat es am glücklichsten geschafft. Mein Bruder Ronald hat sich gleich am 10., man muss sich das vorstellen, am 10. Mai, Hamburg hat er am 3. kapituliert, fünf Tage vor Großdeutschland. Das hat der Dönitz hier aus Glücksburg gemacht. Der hat ja für Hitler, der ja nicht mehr konnte, kapituliert. Die Urkunde hat ja Keitel, Generaloberst Keitel unterschrieben, die Kapitulationsurkunde. Naja, und mein Bruder Ronald ist dann sofort zum Hotel Atlantik gegangen. Die Briten haben sofort das Rathaus besetzt, haben Karl Kaufmann gefangen genommen, verhaftet und interniert und all die anderen Nazi-Größen und dann haben sie die großen Hotels besetzt. Kann ich verstehen. Das Hotel für Jahreszeiten, heute das Hotel Nummer 4 in der Welt, in Hamburg, an der Außenalster und das Hotel Atlantik, auf der anderen Seite der Außenalster. Und da hat er sich dann beworben und die haben ihn glatt weggenommen als Koch. Naja, und als Koch-Lehrling hat er dann ausgelernt und ging dann später zur See. Dann kam meine Schwester Felicitas, die war anderthalb Jahre älter als ich. Ja, und dann kam ich, 1933. 1923 hätte man den ganzen Spuk ein Ende machen können, wenn die Polizei bloß richtig getroffen hätte. 1923 hatte Adolf Hitler zum ersten Mal so 600 Prozentig Überzeugte an seiner Seite. Daneben sogar noch aus dem Ersten Weltkrieg General Ludendorff und sie marschierten in Richtung Feldherrnhalle und wollten die Münchner Regierung stürzen und dann anschließend in Berlin. Aber die Polizei, es war ja nicht mehr die Polizei aus der Weimarer Republik, sondern es war die Polizei, nein, Entschuldigung, es war nicht mehr die Polizei, Preußens, sondern sie wurden inzwischen neu vereidigt auf die Verfassung. Heute werden sie ja nicht vereidigt auf eine Verfassung, heute gibt es ein Grundgesetz. So, und diese Polizei hat Maß genommen und hat diesen Putsch verhindert. Hitler wurde verhaftet, Göring wurde verwundet, Hermann Göring, der Reichsluftminister, der ging dann nach Dänemark, verkroch sich erstmal eine Zeit lang und von da wurde er dann Postflieger in Schweden noch eine Zeit lang, der hat sich tatsächlich geschafft, bis 1932 durchzuschlagen. Hitler wurde verhaftet und anstatt wegen Hochverrat zum Tode verurteilt, bekam er vier Jahre Haft. Aber das war schon fast wie ein Hotelaufenthalt, denn zwischenzeitlich war so viel Nationalsozialismus, so viel Gift geflossen, wegen des Vertrages, des Versailles, Versailles Vertrages, der Deutschland unglaubliche Bürden auferlegte und wegen natürlich auch dessen, dass das Rheinland besetzt war, so viel Gebiet abgetreten war. Hitler schade und schade immer mehr überzeugte Nationalsozialisten um sich herum. Naja, in diesem Haftaufenthalt schrieb er eines der ungewöhnlichsten verbrecherischen Bücher, die die Welt je zu lesen bekam. Das Buch hieß Mein Kampf. In diesem Buch hat er genau beschrieben, was er vorhat. Lebensraum im Osten, die gesamte sowjetische Menschheit ausrotten und durch Deutsche ersetzen. Damit kam er an die Ölfelder in Baku und natürlich auch an die Ukraine, an die riesige Kornkammer. Das war genau das, was er für Deutschland brauchte. Und Albert Speer, der Lieblingsarchitekt Adolf Hitler, der seine Handschrift schon abgegeben hatte beim Bau des Reichstagsgeländes in Nürnberg, für immerhin eine Million Menschen war da Platz geschaffen worden. Und er hat ein Monument gebaut, riesig, das ist heute noch in Nürnberg zu besichtigen, war mindestens schon dreimal da, kann mich nicht satt sehen an diesem fürchterlichen Gebäude. Naja, und da haben sie ihre Reichsparteitage abgehalten, 1923, am 9. November, der 9. November ist sowieso ein Schicksalstag für Deutschland, überlegen Sie, wie der mal folgend ist, der 9. November 1923 war der Marsch auf die Feldherthalle, der 9. November 1938 war das Vernichten der gesamten jüdischen Religion. Alle Gotteshäuser gingen von Hamburg bis nach München und von Dresden bis nach Flensburg in Flammen auf. Und am 9. November fiel auch die Mauer in Berlin und es hätte ja nie die Mauer in Berlin gegeben, wenn es Arnolf Hitler nicht gegeben hätte. Ja, und Albert Schwer war ja der Lieblingsarchitekt von Arnolf Hitler und Deutschland sollte ja auch nicht mehr Deutschland heißen. Doch nachdem das Dritte Reich die Welt besiegt hätte, danach hätte es ja ein großes Germanien gegeben mit der Hauptstadt Berlin, Germania, mit Gebäuden, dagegen wirkten die Wolkenkratzer in New York klein. Und wie hätte man das geschafft? Doch ganz einfach. Ich will Ihnen jetzt etwas, ich kann ja nicht singen, deswegen muss ich Ihnen das erzählen. Die deutsche Wehrmacht ist marschiert mit Knobelbechern und wenn die marschiert ist, haben die gesungen. Wissen Sie was? Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben zerfällt, denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Und sie hat noch schon fast Europa unter sich aufgeteilt. Europa war doch schon weg, das ging los mit Dänemark, Norwegen, erst mal holte man Österreich, Reich, 38 Heimensreich. Das Rheinland wurde wieder von den Deutschen übernommen, obwohl alles Verstöße gegen die Verträge waren, die Versailles-Verträge, alles Verstöße, alles Rechtsbrüche, das hat Hitler nicht gestört. Und dann marschierte er ein in Dänemark, in Norwegen, dann kam Luxemburg, dann kam Belgien, dann kam die Niederlande, dann kam Frankreich 1940 und dann natürlich der Bruch, logischerweise England und Frankreich waren Bündnispartner von der Polen und somit begann der Zweite Weltkrieg. Und Polen wurde am 1. September 1939 überfallen. Und jetzt muss ich Ihnen mal erzählen, wie kriminell die deutsche Polizei war. Dieses Buch ist herausgegeben worden von Forschern aus der Polizeiakademie in Nienburg an der Weser. Jedes Wort hier ist war. Dieser Mann, um den es hier geht, heißt Walter Zerpins. Walter Zerpins war Polizeipräsident und Walter Zerpins war auch der Mann, der mit verantwortlich war für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Denn Walter Zerpins war auch der Chef der Gestapo in Hannover und er wurde von Adolf Hitler bestellt. Hitler brauchte nämlich am 27. August noch einen Vorwand, um in Polen einzumarschieren am 1. September. Und das lief wie folgt ab. 10 SS sollten organisiert von Walter Zerpins und von der Gestapo zogen sich polnische Uniformen an und besetzten den Reichssender Gleiwitz, einen deutschen Sender, im polnischen Korridor und erschossen alle deutschen Angestellten dieses Reichssenders. damit hatte Hitler den Vorwand Polen zu überfallen. Ab jetzt wird Kugel mit Kugel vergolten. Das war sein Credo. Was dann mit Polen passierte, möchte ich Ihnen weiter ersparen. Die Polen haben am meisten unter den Deutschen gelitten. Dieser Walter Zerpins war auch gleichzeitig der Leiter von Litzmannstadt. Und da gab es einen Ministerpräsidenten nach dem Kriege in Niedersachsen, der hieß Hinrich Kopf, vielleicht erinnert sich jemand von Ihnen daran, Hinrich Kopf war der Leiter des Büro Ost und hatte alles jüdische Vermögen zu rekurrieren. Und das wusste Walter Zerpins. Und Walter Zerpins wurde abgelehnt für den Polizeidienst. Wissen Sie, was er gemacht hat? Von Oberscharführer Best, das war die rechte Hand von Reinhard Heidrich, bekam er eine eidesstattliche Versicherung, die hundertprozentig aussagte, dass er mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatte. Und dann hat er Heinrich Kopf erpresst und hat ihm gesagt, pass auf, ich brauche dir nicht viel Sorgen, ziehe ich nicht alte Stellungen zurück, wirst du deine verlieren. So hat er den Ministerpräsidenten von Niedersachsen erpresst und wurde in den Polizeidienst übernommen. 1968 oder 70 ist er dann verstorben. Mit hohen, natürlich mit hohen Bezügen. Lassen Sie mich mal so eine halbe Minute durchatmen, die braucht man nämlich immer so fast. Naja, das erste Stündchen haben wir rum. Haben Sie denn noch Lust, was zu hören? Keine Reaktion. Doch, dann machen wir noch weiter. Ich möchte Ihnen jetzt ein Erlebnis erzählen, das ist kaum zu fassen. Meine Mutter hatte die Idee, mich einzuschulen. Ich war sechs Jahre alt. So groß war ich, reichte hier bis an die Tischkante. Das war meine alte Schule. Die ist im Jahre 2011 100 Jahre alt geworden. Und der Lehrer, der hier auf der Vorderseite steht, der hat sich ein Herz gefasst und hat mich angerufen, denn er wurde von der Schulleitung beauftragt, eine Chronik über die Schule zu schreiben und natürlich auch wahrheitsgemäß über Juden an der Schule. Und da lese ich Ihnen jetzt etwas vor. Wer möchte, kann sich das Buch gerne ausleiten, damit Sie nicht suchen brauchen. Es geht von 119 bis Seite 129. Judenverfolgung auch an unserer Schule. Über jüdische Lehrer an unserer Schule lassen sich keine und über jüdische Schüler wenige Aussagen machen, da hierüber keine Schuldakten aus der Zeit von vor 1949 mehr vorhanden sind. Anhand zweier Zeitzeugen, die 1934 die erste Klasse von Fräulein Busch besuchten, lässt sich die Judenverfolgung an unserer Schule belegen. Aus dieser Klasse verschwanden zwei Jungen. Ein Junge aus dem Schabaruschweg und ein zweiter Junge mit dem Nachnamen Budafars. Er war ein Halbjude. Seine Brüder und Schwestern haben damals ebenfalls unsere Schule besucht. Einer von Ihnen dürfte der populärste Ehemalige geworden sein, der unsere Schule besucht hat. Iva Budafars sowieso ein paar Seiten mehr. Eines Tages, dazu muss ich Ihnen was erklären, auf dem Schulhof, das war ein Ritual, trafen morgens um 8 Uhr alle Schüler an. 700 waren wir in der Schule. Nach Größe natürlich. Rechts standen die Mädchen, das waren die sogenannten BDM-Mädchen, die hatten eine weiße Bluse, einen schwarzen Schlips mit einem braunen Lederknoten und einen schwarzen Faltenrock und Kniestrümpfe dazu in braunen. Das waren die bunte deutsche Mädchen. Und auf der anderen Seite standen die Hitlerjungen. Hitlerjungen, die hatten dann eine schwarze Hose, braunes Hemd, auch einen Lederknoten mit schwarzen Schlips drum. Und dann wurde die Fahne hochgezogen, die Hakenkreuzflagge und dann wurde erst mal das Horst Wessel Lied gesungen. Die Fahne hoch, die Reihen dicht geschlossen. Und als das Lied verklungen war, da war mein Schulleiter dran. Er schildert ein Erlebnis mit dem Nazirektor. Eines Tages im Jahr 38 waren wir wie immer alle Kinder auf dem Schulhof und der Schulleiter stand auf der Freitreppe und der rief Butterfass denn einmal hervor, du darfst nicht mit auf den Klassenausflug und du gehst sofort nach Hause. Du kleiner Judenlömmel darfst unsere Luft nicht mehr verpesten mit deinem jüdischen Pestarten. Du bist Jude und darfst unsere Schule nie mehr besuchen. Ich der Erstklässler konnte überhaupt nicht begreifen, was das Wort Jude bedeutete. Ich wusste damit nichts anzufangen, vielleicht eine schwere Krankheit oder sonst irgendwas. Heulend verließ sich den Schulhof. Ich lief einfach weg in Richtung Hauptstraße. Was ich nicht bemerkte, es hatten sich ein paar Schülerinnen und Schüler gelöst. Es waren mehrere BDM-Mädchen und mehrere Hitlerjungen hinter mir her und haben mich geschnappt. Sie haben mich geschnappt. Einer von den größeren Jungen zog mir die kurze Hose runter. Den Schmerz spüre ich manches Mal heute noch Phantomschmerzen nennt man das glaube ich. Er brannte mir mit einer Zigarette ein richtiges Loch in das Bein. Ich schrie wie am Spieß. Was ich nicht bemerkte, die Mädchen hatten inzwischen eine Roste entfernt von einer Kasematte, wo man sich die Füße dran abschreibt, damit der Dreck unten reinfällt. Und die Kasematte füllten sie auf mit Papier. Und dann legten sie die Roste wieder drauf und schrien, jetzt werden wir die Juden so lebendigen Leibe rösten. Und dann steckten sie das Papier an und die Flammen kochen an mir hoch. Ich schrie wie aus Leibes Kräften. Ich hatte Schmerzen, ich kann es nicht sagen. Ich habe heute noch Albträume. Und dann hörten mich wohl Passanten, denn einige hatten das Packzeug auseinander gescheucht. Ich hatte in der Hamburger St. Katharinkirche, eine der Hamburger Hauptkirken, eine Veranstaltung mit einer großen Schule über 700 Schülerinnen und Schüler waren da anbiesen. Und da war ein Junge dabei, ein ganz Begabter, der hat das gemalt, wie ich mich wohl gefühlt haben muss. Und das möchte ich Ihnen hier zeigen. In der Mitte sehen Sie mich mit aufgerissen im Mund, links und rechts Hitler Jungen und in der Mitte das Feuer. Das redet so ein bisschen um das Bildnis von Munk, der Schrei. Es war die schlechteste Zeit meines Lebens. Noch nie in meinem Leben habe ich so viele Schmerzen ertragen müssen und bin so gedemütigt worden wie da. Ich habe später, als ich unser Unternehmen mit meiner Frau gegründet habe, sehr viele ehemalige Mitarbeiter und auch sonstige Leute bei der Staatsanwalt da kam ich einfach nicht herum anzeigen müssen, weil der Antisemitismus hatte weit den Rahmen gesprengt. Meine Frau und ich standen sechs Wochen unter verschärbten Polizeischutz nachzulesen in unserer Biografie, die wir beide geschrieben haben über vier Jahre, jetzt ist sie endlich raus. Und ich musste unsere Firma aufgeben, ich konnte 1987 nicht weitermachen, es ging einfach nicht mehr, ich musste mehr Luft machen, das war auch noch ein Überbleibsel aus der Zeit. Diesen Judenstern musste meine Mutter für uns kaufen, für meine sieben Geschwister und mich, die kosteten das Stück 12 Reismark, wo sie das Geld hatte, weiß ich nicht, denn wir hatten von Einnahmequellen, wir schwert sich, da war der Spuk endlich vorbei. Heute muss ich euch noch auf etwas aufmerksam machen. Wir haben heute in Deutschland, ich bitte euch flehendlich, das sehr, sehr ernst zu nehmen, wir haben heute in Deutschland die beste Polizei der Welt. Ich möchte nicht mit einer Polizei in Amerika tauschen. Ich kann mich auch nicht mit der Mafia Polizei in Italien anfreunden. Ich mag auch keine Polizei in Ostasien, aber ich mag sie in Deutschland. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt und auf den Polizei Akademien wächst eine junge Generation von Polizisten heran und die werden aufgeklärt über das, was sich im Dritten Reich abgespielt hat. Und deswegen kommt das Programm zu Polize für die Demokratie. Gemeinsam mit der deutschen Bevölkerung können wir dafür sorgen, dass sich nie wieder das wiederholt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie aufpassen und sie sollen aufpassen, wenn sie Unrecht sehen, wenn da jemand wegen seiner Hautfarbe, wegen seiner Religion oder sonst was gemobbt wird oder verunglimpft wird oder wenn da von Neonazis angegriffen wird. Aber ich gebe Ihnen einen Rat, lassen sie sich nicht mit diesen Springerstiefel tragende Kettenhunden ein. Sie sind Wehrsportsoldaten. Sie sind von einem Mann hauptsächlich ausgebildet worden, einem Hamburger Rechtsanwalt Jürgen Rieger, der in der ganzen Welt bekannt wurde, weil er ein Hotel in Delmenhorst kaufen wollte, das ihn verwehrt wurde, weil er aus einer Kaserne, die entfernt war, raus musste, weil man sie unter Denkmalschutz gestellt hatte und da musste er sie mit seinen Leuten verlassen. Der Mann hat es sogar fertiggebracht, der Jürgen Rieger, der hat sogar heute schon in den Kühlfächern Sperma gehabt von richtigen kernigen Deutschen. Sie mussten so aufrichtig groß und schlank und blond sein wie Adolf Hitler, der neue kommende Aria. Sie mussten so schlank sein und hoch gewachsen sein wie Hermann Göring und sie rüberfeindlich wie Dr. Josef Goebbels. Das hier soll meine Frau Ihnen noch zeigen. Das war Hitlers letzte Armee. Zwölf Jahre alte Hitler-Jungen hat er in Berlin in den Straßenkämpfen eingesetzt. Über 12.000 junge Menschen im Alter von 12 bis 14 Jahren haben ihr Leben gelassen. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Kindersoldaten überall auf der Welt. das ist schrecklich und in Deutschland erwarten wir das auch nie mehr. Euch gehört die Welt, euch gehört die Zukunft, auf euch bei ich. Und jetzt muss ich euch ein Geständnis machen. Und auch wenn es mir etwas schwer fällt, aber ich weiß, ich kann mich auf meine Frau verlassen. Sie wird mir helfen beim Aufstehen. Weil ich möchte mich vor Respekt vor euch allen, die hier heute anwesend waren. Schülerinnen und Schüler der Gymnasien, Studierende, unsere Zukunft, unsere Republik, ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ich bin wirklich beschämt, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Wahnsinn, man hätte sprichwörtlich die Stecknadel fallen hören, das macht mich glücklich, das ist genau der Treibstoff, den ich brauche, um weiterzumachen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Applaus Applaus Zuhören. Zuhören.